Was ist die Begabung der Menschen? So ganz im Stillen, ohne davon jetzt besonderes Aufhebens zu machen? Oder lassen sie sie vielleicht sogar verkümmern, weil sich niemand dafür interessiert oder weil sie vielleicht dafür sogar beneidet und dann vielleicht angefeindet werden könnten? Ja, mit Begabungen und was man daraus macht, hatte auch Paulus viel zu tun. Eine der Gemeinden, die er betreute, war ganz versessen darauf, höhere Geistesgaben zu entwickeln und sich damit zu profilieren. Seine Antwort darauf ist auch für uns heute noch sehr interessant. In Paulus Brief An die Korinther, und zwar im ersten Brief ab dem 14. Kapitel, da schreibt er folgendes. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Ja, die Korinther in Korinth, diese Gemeinde. Viele würden sich heute so eine Gemeinde wünschen. Das war das, was man heute eine lebendige Gemeinde nennt. Da waren sie alle beteiligt, da waren sie engagiert. Da war eben viel los. Da waren die Menschen meinungsstark. Aber wir wissen ja, meinungsstark heißt, es gibt viele Meinungen. Und wenn man noch meinungsstärker ist, gibt es dann auch viele Parteiungen, Parteienkämpfe. Ja, und etwas war dort ganz besonders groß geschrieben, nämlich die Freiheit. Die Freiheit vom Gesetz. Das war ja auch ein ganz wesentlicher Inhalt der Predigt immer von Paulus. Und sie haben das zum Teil so verstanden, dass man eigentlich alles jetzt tun darf. Und dass das alles in irgendeiner Weise gesegnet ist, weil eben jetzt der Geist alles segnet und man alles machen kann. Es waren halt auch viele Heilenchristen dort. Aus allen Schichten. Also wirklich aus allen Schichten. Eigentlich viel mehr aus den unteren Schichten, weil hier tatsächlich so etwas wie ein Miteinander möglich war, das sonst sehr selten war. Ja, es war natürlich auch viel los in den Gottesdiensten, ziemlich viel Trubel. Aber da gab es natürlich dann auch, wenn es viele begeisterte Menschen gibt, dann auch sehr bald Unterscheidungen. Da gab es dann die Normalgläubigen und dann gab es dann auch die Hochgläubigen. Und die Hochgläubigen, das waren dann diejenigen, die eben ganz besonders vom Heiligen Geist erfüllt waren oder meinten zu sein. Aber da man das ja von außen nur sich so schwer anschauen kann, dass ja kein Heiligenschein oder so, der einen umgibt, dann gab es halt andere Merkmale des Heiligen Geistes. Und einer der wichtigsten Merkmale war das Zungenreden. Darauf kommen wir gleich zurück. Weil Paulus ja das ja hier auch in den Mittelpunkt seiner Beschreibung stellt. Ja, es gab dann innerhalb dieses Freiheitsdenkens natürlich auch eine Menge von laxen Sitten. Also zum Beispiel in sexuellen Beziehungen oder beim Abendmahl. Oder sie neigten auch zu einer ziemlichen Prozesshanselei, sich wechselseitig zu verklagen. Also heißt das, der Zusammenhalt war nachhaltig gestört. Und Paulus hatte ein Bedürfnis, daran zu appellieren, dass es hier um eine andere Form von Einheit geht. Dass eine Gemeinde eigentlich wie ein Leib sein sollte. Da gibt es zwar die grundverschiedensten Organe, klar, aber sie gehören zusammen. Sie sind ein Leib unter einem Haupt, unter Christus. Aber die Bedingung für einen solchen Zusammenhalt, das ist nicht, dass man sich jetzt zusammenreißt oder so, sondern es ist die Liebe, das Verständnis füreinander. In diesem Brief gibt es auch im Kapitel 13 diesen wunderbaren Teil, wo er als das, was ja auch jetzt als hohes Lied der Liebe beschrieben wird, wo er davon spricht, wie die Liebe eigentlich ist. Eins der wunderbarsten Stellen im Neuen Testament. Kehren wir jetzt mal wieder zum Brieftext zurück. Paulus könnte jetzt, wenn es darum geht, jetzt diese Form von Zungenreden da zu kritisieren, so welchen Stellenwert das dort in der Gemeinde hatte, könnte er jetzt knallhart kritisieren. Sowas hat er schon häufiger gemacht. Er hat da zum Teil ja so richtiggehend vom Leder gezogen, wenn es darauf ankommt. Aber hier geht es um sehr empfindliche Dinge, auch in geistlichen Dingen. Wenn Menschen beginnen, im Geistlichen zu wachsen, dann können sie sehr schnell sozusagen eingeschüchtert werden. Und da ist er ganz sanft. Auch wenn Glaubensdinge leicht missbraucht werden, eine zu harsche und vielleicht auch fast brutale Kritik kann sozusagen dieses zarte Glaubenspflänzchen durchaus beschädigen. Er ist also hier in diese Richtung sehr, sehr behutsam. Deswegen sagt er gleich von vornherein, dass er euch um die Gaben des Geistes bemüht, das ist gut. Ja, das sollt ihr tun. Das Problem ist natürlich, wenn man sich um etwas bemüht, da kann man sich aus den verschiedensten Motiven darum bemühen. Das kann ein Ehrgeiz sein, dass man eine bestimmte Fähigkeit besitzt, dass man anerkannt wird in der Gemeinde, dass man einen anderen Status hat. Dann ist das eigentlich ein Hochmut, aus dem heraus man nun die Gaben des Geistes nicht nur besitzen, sondern auch demonstrieren will. Das ist ähnlich wie heute. Heute bekommen die Kinder häufig gesagt, lern was, mach deine Prüfung, mach deinen Abschluss, beweis deine Fähigkeiten, mach Karriere, damit was aus dir wird, damit du was kannst, damit du wer bist, damit du als jemand giltst. Klar, so kann man sich bemühen. Aber deswegen hat Paulus einen Satz davor gesetzt, von dem aus er das alles verstanden haben will. Strebt nach der Liebe. Das heißt, die Gaben des Geistes, die sollen aus der Liebe heraus entwickelt werden. Das Bemühen soll auch aus der Liebe heraus sich entwickeln. Das heißt, bemüht euch darum, weil ihr andere liebt. Und bemüht euch darum, weil ihr Gott liebt. Die Liebe ist der Maßstab. Wenn die Liebe fehlt, stimmt alles andere nicht. Ja, und bei den Korinthern war das so, wie auch heute noch in vielen charismatischen Gemeinden. Denn diejenigen, die also beweisen können, dass sie vom Geist, vom Geist Gottes erfüllt sind, bekommen eine hohe Anerkennung. Und erzeugen auch bei anderen ein Bedürfnis, ebenfalls so etwas zu können. Aber das Merkmal Zungenreden, das ist zum Beispiel eines. Das kann man nur, so wird behauptet, wenn man von Gottes Geist erfüllt ist. Was ist denn Zungenreden? Paulus sagt ja ganz deutlich, er kennt das, er weiß das und er hat überhaupt nichts dagegen. Er wird sich wünschen, dass alle auch das könnten. Eigentlich im Innersten ist das Zungenreden eine Art von meditativ-ekstatischer Zustand der inneren Anbetung. Eine Begeisterung, die einen total erfüllt. Und eine Begeisterung sucht natürlich auch nach einem Ventil. Sie möchte sich in irgendeiner Weise ausdrücken. Und dieser Strom, der dann in dem Falle aus einem herausfließt, der kann sich durchaus auch in Lauten äußern, die das dann, was man empfindet, wiedergibt, aber die jetzt nicht in der üblichen Sprache sich bewegen. Das ist ein sehr intimer, geradezu privatester Zustand. Der ist so intim, weil er die innerste Beziehung zu Gott in uns ausdrückt, dass er eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehört. Ich sage es mal ein bisschen derber, auch die unwillkürlichen Lautäußerungen bei sexueller Erregung gehören eigentlich nicht in die Öffentlichkeit. Sie sind privat. Sie sind Ausdruck dessen, was dann die Menschen jetzt rein körperlich im Wesentlichen durchströmt. Aber so etwas würde man in keinem Gottesdienst für gut halten. Wenn aber die Betreffenden, die so etwas können oder darstellen, ein solches Bedürfnis wecken, dass sie auch anerkannt werden wollen, wo sie sagen, ja, ich auch, ich möchte endlich auch vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann heißt das, dass dieses Bedürfnis selbst auch eine suggestive Kraft sein kann. Wir sind durchaus in der Lage, uns etwas auch, ja, ich sage mal, einzubilden, im Sinne von sich hineinsteigern, so, dass das ein inneres Erlebnis wird, wie eine Imagination, die uns dann ganz und gar erfüllt. Das heißt, prinzipiell ist so etwas auch imitierbar. Wenn es bei einem einfach wahr ist, dann ist er davon erfüllt. Man kann es aber auch imitieren. Man kann es imitieren, weil es auch äußerlich in einer bestimmten Erscheinung auftritt. Und wenn man dann das ab sich abguckt und versucht, das ebenfalls zu machen, dann kann man ja hoffen, dass man ebenfalls vom Heiligen Geist erfüllt wird. Das muss noch nicht immer eine Lüge sein. Denn wenn unsere Fantasie und unsere Wünsche sich umsetzen in so eine Art von Selbstsuggestion, dann kann auch dieses Imitat etwas sein, was uns total erfüllt. Aber es bleibt dabei, wenn es in Wahrheit tatsächlich unsere Beziehung, unsere intime Beziehung zu Gott repräsentiert, dann ist es eine privateste Angelegenheit, eine intime Liebesbeziehung, die nicht öffentlich nach außen getragen werden sollte. Alles, was davon nach außen getragen wird, hat irgendetwas Ungutes. Es ist irgendwie wie entwertend, manchmal sogar eigentlich vulgär. Und das sagt Paulus natürlich jetzt nicht so, weil er diejenigen jetzt nicht unterscheiden kann zwischen denen, bei denen in Wahrheit die Beziehung zu Gott das Wesentliche ist, und denen, die gerne nach außen als derartig erscheinen wollen. Also ist er ganz behutsam. Er möchte diese innige Liebesbeziehung nicht abwerten. Er möchte aber irgendwie diese Zurschau-Darstellung, die möchte er irgendwie eindämmen. Also, ihr dürft Gott lieben, sagt er, ihr dürft auch darin schwelgen. Das finde ich außerordentlich gut, mache ich auch, aber verkauft euch dabei nicht. Ja, denn der Anreiz zur Heuchelei und zur Selbstdarstellung, der ist dadurch sehr groß. Stattdessen solltet ihr euch darauf konzentrieren, in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit prophetisch zu reden. Was ist das denn? Wir verbinden normalerweise mit dem Begriff Prophet jemanden, der so die Zukunft voraussagt. Das ist damit gar nicht gemeint. Das machen Propheten auch immer mal wieder. Aber eigentlich sind sie Mahner. Sie sollen mahnen, sie sollen wegweisen, sie sollen deutlich machen, was Gott eigentlich will. Sie sollen die Botschaft Gottes verkündigen, aber aus einer innersten Verbundenheit mit Gott, also wirklich aus dem Geiste. Aber innerste Verbundenheit heißt aus der innersten Liebesbeziehung zu Gott. Diese Art von prophetisches Reden kann man heute eigentlich relativ leicht übersetzen. Das ist Predigen. Wirklich gut predigen ist genau nichts anderes. Das ist ein direkter Dienst am Nächsten, der eine Predigt, sie soll bereichernd sein, sie soll die Menschen aufbauen, sie soll sie fördern. Ja, jetzt hat Paulus ein sehr gutes Beispiel. Er nimmt Musikinstrumente. Musikinstrumente sind nur dann sinnvoll, wenn wir in der Lage sind, ihre Melodie und ihren Rhythmus irgendwie nachzuvollziehen. Also nachzuvollziehen heißt ja irgendwie zu verstehen, innerlich mitzumachen. Wenn diese Musik so nachvollziehbar wird, dass sie auch in uns erklingen kann, dann ist diese Musik für uns verstehbar. Das ist die Sprache der Musik. Sie ist zwar wortfrei, aber sie kann wirklich sehr bereichernd, sehr aufbauend sein. Sie kann unser Gemüt erfüllen. Sie kann genossen werden. Genau so soll es sein, dass die Menschen etwas verstehen, was sie aufbaut, was ihr Gemüt erfüllt, was für sie gut ist. Und das ist prophetisch reden. Also die Musiker, gute Musiker, beschenken ihre Zuhörer mit ihrer Musikalität. Und das sollten natürlich Prediger auch machen. Zungenredner beschenken nur sich selbst und nicht die anderen. Die haben nichts davon. Die können sie bewundern, aber haben nichts davon. Aber so ist es doch überhaupt mit dem, was Gott uns schenkt. An Begabungen. Die Begabungen, der Geist selbst, ist ein Geschenk Gottes. Seine Liebe ist ein Geschenk. Wir dürfen uns dieses Geschenk natürlich wünschen. Wir dürfen darum bitten. Wir dürfen uns diesem Geschenk öffnen. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir es bekommen. Aber letztlich dürfen wir nicht nur, sondern sollten wir auch von dem Überfluss dieses Geschenkes an andere das weitergeben, was wir haben. Wir sollten uns verständlich in dem weitergeben. Dass andere einen Nutzen von dem haben, was wir als so total wertvoll für uns erfahren. Also, Paulus hat überhaupt nichts dagegen, wenn wir uns nach der Liebe Gottes ausstrecken. wenn wir uns nach ihr sehnen. Aber er möchte, dass alles, was wir tun, anderen gegenüber, in uns und aus uns heraus eben von der Liebe bestimmt wird. Denn das ist der Kern und das Wesen des Geistes Gottes. Geistesgaben sind dazu da, verschenkt zu werden. Vielleicht sogar verschwendet zu werden. Und wir sollten unsere Begabungen wirklich verwenden, nicht um andere zu blenden, um sie zu manipulieren, um sie auszubeuten, um sie für unsere Ehe oder für unseren Hochmut zu nutzen, um andere zu beherrschen. Denn immer wenn wir das machen, zerstören wir zugleich den Zugang zu dieser inneren Quelle, auf den wir angewiesen sind, wenn unser Geist lebendig bleiben soll. Es ist eine Form der Selbstzerstörung, wenn wir auf diese Art und Weise beginnen, unsere Begabungen auszubeuten, auch auf Kosten anderer. Gleichzeitig wird das, was wir dann noch geben, was wir dann zu sagen und zu vermitteln haben, das wird hohl, es wird leer, äußerlich. Man könnte was sagen, zombiehaft, scheinbar lebendig, aber eigentlich hat es keine Substanz mehr. Es ist faktisch zur Lüge geworden. Und Lüge, das ist ja das Kennzeichen von Lüge, dass sie wahrheitsähnlich ist. Es hört sich so an, als ob es wahr und gut wäre, ist aber eigentlich ein substanzloses Blendwerk geworden, häufig auch verbunden mit Selbstbetrug. Wir haben wirklich die Wahl, ob das, was wir als Geschenk, als Begabung bekommen haben, aus der Liebe oder mit der Liebe weitergeben können, dann ist das, was wir tun und machen, auch anderen gegenüber, ein Segen. Ist erfüllt von der Liebe Gottes oder wir verwenden es eigentlich für uns. Dann ist es ohne Liebe. Dann wird aus dem Gleichen, was ein Segen sein könnte, ein Fluch. Es sieht irgendwie gut aus, aber es dient dem eigenen Hochmut. Und das, was dem eigenen Hochmut dient, dient auch, wenn andere das anerkennen, ihrem Hochmut. Und dann kann man sich mit ihnen zu einem gemeinsamen Hochmut zusammenschließen. Dann gehört man zu denen, die eben diese besonderen Dinge machen oder können oder sagen oder wissen. Aber eigentlich ist alles in sich tot und leer. Also, was machen Sie mit Ihren Begabungen? Sind Ihre Begabungen etwas, was Sie für sich nutzen oder was Sie verschenken? Entscheiden Sie selbst. Die Begabungen 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 Untertitelung des ZDF, 2020